Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin, das Berufsschulbuch für Köche. Es ist ohne Serifen gedruckt, daher schwer zu lesen. Der Inhalt ist teilweise fragwürdig. Es wird vorgelesen, weil es das Berufsschulbuch für Köche ist. So, ich bin angekommen im Teil Arbeitssicherheit im Kapitel 1 Unfallverhütung bei 1.4 Maschinen. Machines, Les Machines oder La Maschine auf Französisch 1.4 Maschinen. Die Berufsgenossenschaft prüft neue Maschinen und Geräte, ob sie den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen und stellt darüber ein Prüfungszeugnis aus. Auf dieses Prüfungszeugnis ist beim Einkauf zu achten, denn der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im Betrieb verwendeten Maschinen unfallsicher sind. Maschinen und Geräte dürfen nur dann benutzt werden, wenn sie den jeweiligen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Da der Unternehmer im Gastgewerbe nicht alle Vorschriften für Technisches kennen kann, wird empfohlen, bei der Bestellung zur Bedienung zu machen, zur Bedingung, nicht zur Bedingung, bei der Bestellung zur, das ist immer das Problem, wenn es keine Serien sind, bei der Bestellung zur Bedingung zu machen, dass die Maschinen den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entsprechen. Das finde ich komisch, das muss eigentlich der Fall sein, dafür gibt es Prüfzeichen. Es gibt einige Kennzeichnungen, die die Hersteller von Geräten verwenden dürfen, an denen man sich orientieren kann. VDE finde ich schon daneben. Da hat was anderes zu stehen. Das ist das CE-Zeichen. Das ist das Zeichen dafür, dass mit der Maschine oder elektrischen Maschine oder Maschine in Europa gehandelt werden darf. Aber ich sage sonst gar nichts mehr zu dem. VDE, das Kennzeichen, ist ein Garant für geprüfte Sicherheit und Qualität. Das Gütezeichen des unabhängigen und international tätigen VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstituts genießt das Vertrauen der Verbraucher. Die Tests des Instituts gelten in Fachkreisen als besonders gewissenhaft. Ich finde das Buch vollkommen daneben. GS, das Zeichen steht für geprüfte Sicherheit. Es ist ein auf dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz basierendes Zeichen, das von einer GS-Stelle zuerkannt wird. Mit dem Zeichen muss außerdem das Prüfinstitut genannt werden, das das Prüfzeichen vergeben hat. Das GS-Zeichen ist wesentlich seriöser. Wie gesagt, das Buch ist teilweise ziemlich daneben. Ja, das war es. Es geht weiter mit elektrischen Anlagen. Tschüss.